Heute nur ein kurzes Video, Thema Masken. Durch die Kaffeefiltermaske kann man schlechter atmen. Aber wegen der OP-Maske juckt dauernd die Nase. Was soll ich sagen außer, die Kaffeefiltermaske ist besser. Man kann zwar schlechter atmen, aber man kann auch alle 30 Minuten die Maske kurz absetzen, Luft holen und sie wieder draufsetzen. Bei der OP-Maske ist das wiederum so, dass immer wenn du sie draufsetzt, es weiter juckt. Also nimm die Kaffeefiltermaske.